hallo und herzlich willkommen ich bin henrik von madwurst tv und ich möchte euch einmal für dune spice wars den handelsbild für atriides vorstellen ich habe das spiel auf deutsch umgestellt weil sich das video von das deutsche publikum richtet und wir starten hier mit den forschungs baum ich werde jeweils auch zu den forschungen die wichtigen sachen erzählen solltet euch doch ein bisschen mehr interessieren die auch die kleineren boni die nicht ganz so wichtig sind dann könnt ihr es gerne hier noch nachlesen wir starten auf jeden fall mit studien des einheimischen dialekts das gibt uns die möglichkeit neutrale dörfer schneller zu annektieren so können wir schneller expandieren dann gehen wir rüber zu verbundmaterialien da erhalten wir einen bonus auf die planstahlproduktion von 15 prozent außerdem werden gebäude schneller gebaut diese beiden forschungen würde ich grundsätzlich für jede fraktion empfehlen am anfang außer gegebenenfalls figurino denn da gibt es diese forschung gar nicht wichtig für diesen bild ist aber dass wir so schnell wie möglich zur verhandlungstaktik kommen also fangen wir mit aufklärungsnetzwerk an was uns noch mal ein bonus gibt wenn wir bei mafia platzieren und da können wir ja zum beispiel agenten hinsetzen und da kriegen wir extra solari ansonsten kriegen wir noch ein bisschen extra einfluss dann gehen wir rüber zur diplomatische manöver und da gibt es die möglichkeit noch mal extra solari zu generieren solltet ihr einen agenten bei einer fraktion platzieren wo ihr eine waffenruhe habt kommt in der regel nicht so häufig vor kann man aber gerne machen dann ist ganz wichtig wir gehen zur verhandlungstaktik und da legen wir alle 20 tage von den kleineren häusern ein container in der nähe unseres hauptgebäudes das wird dann irgendwo hier in der umgebung platziert und das könnt ihr dann mit einem mit einer militärischen einheit könnt ihr dahin laufen und dieses event dort lösen und ihr erhaltet 1000 solari was euch dann hilft eure hauptgebäude aufzubauen insgesamt ist das natürlich dann quasi produktions bonus von solari von 50 am tag außen kriegt ihr noch nett ganz ein bisschen gildengunst dazu und ihr erhaltet extra profite bei euren dividenden was generell zu vernachlässigen ist dann gibt es die möglichkeit sich in zwei richtungen zuerst entwickeln entweder weil ihr viele sie schon gefunden habt empfiehlt sich erst mal die beziehung mit den sie zu stärken ihr kriegt außerdem plus 50 prozent auf die erhaltenen ressourcen beim handel und die beziehungsgeschwindigkeit wird erhöht das ist hier bei sand diplomatie dann gibt es noch atriides händler auch da gibt es noch mal 50 prozent von den ressourcen die ihr mit ihnen handelt also darunter fallen dann zum beispiel plus 20 solari plus ein autorität und klar stahl das wird da deutlich erhöht außerdem kriegt ihr noch das ist so ein bisschen gebüscht noch mit den abkommen kriegt ihr für jedes abkommen was ihr habt mit einem anderen spieler plus fünf auf eure solari produktion für jedes den siege mit dem ihr eine beziehung von 100 habt kriegt ihr auch noch mal plus 5 solari ich zeige euch das einmal ein siege ist hier und wenn ihr mit denen hier handeln würdet würde ich jetzt abbrechen oder eben nicht wird hier die zahl ständig erhöht das bedeutet auch dass euch dass der siege seltener angreift und ihr kriegt eben diese ressource das kostet euch jeweils zehn wasser permanent so solltet ihr euch aber für den anderen weg entscheiden und das ist auch der kernweg trotzdem von diesem bild die frage ich nur was macht man zuerst dann müsst ihr politische haltung erforschen und diese politische haltung gibt euch die möglichkeit die botschaft zu bauen außerdem kriegt ihr ein produktions bonus von plus zehn prozent beim abkommen mit einer anderen fraktion ich zeige euch einmal die botschaft die botschaft haben wir hier und die botschaft gibt euch plus 15 prozent bei einem abkommen mit anderen fraktion bei dem je bei der jeweiligen ressource das heißt wenn ihr jetzt ein abkommen mit einer anderen fraktion habt in diesem fall das handelsabkommen kriegt die ja solare produktion plus 40 am tag aber ihr kriegt eben zusätzlich bei der botschaft das seht ihr hier im grünen bereich ganz unten da haben wir plus 169 solari die wir kriegen und das kriegen wir halt zum einen durch diese handelsabkommen die ihr oben seht mit plus 120 also 40 pro spieler aber wir kriegen eben noch diese plus 15 prozent aus von dieser ressource generell das heißt das ist jetzt nicht nur von diesen plus 40 abhängig sondern ihr kriegt das auf die gesamten güter die per solar erhaltet und das steckt auch ordentlich das ist die forschung das war das hauptgebäude dieses gebäude forschungszentrum wird grundsätzlich immer als erstes bauen das gilt auch für jede fraktion gehen wir rüber zu den ratgebern da haben wir zum einen dank in idaho der gibt euch die möglichkeit schneller beziehung aufzubauen mit den zieht ist außerdem wird das annektieren von dörfern leichter und dann habt ihr noch lady jessica und die ist essentiell für diesen bild weil es natürlich sein kann dass die anderen spieler eure abkommen gar nicht annehmen wollen und da habt ihr die möglichkeit dieser mit diesem ratgeber dass ihr wenn ihr zum beispiel mit einem spieler ein abkommen machen wollt dann könnt ihr ihn einfach dazu zwingen das kostet euch einfluss und da ist besonders wichtig dass ihr darauf achtet dass er mit eurem einfluss ordentlich umgeht heißt so viel wie wenn ihr zum beispiel eine abstimmung im landsrat habt dann habt ihr ja 100 grundstimmen je nachdem wie viel landsrat ihr habt es kann natürlich auch noch gesteigert werden und ihr habt euren einfluss und ihr könnt jeweils grundstimmen und einfluss nutzen um eure resolution durchzudrücken wenn ihr im roten bereich seid dann seht ihr dass sie ja schon einfluss nutzt wenn ihr im weißen bereich seid dann wisst ihr dass er nur die stimmen nutzt grad und das solltet auch grundsätzlich nur machen verhaltet euren einfluss denn damit könnt ihr eben eure mitspieler zu zwingen eure abkommen anzunehmen und was macht man jetzt aber wenn man jetzt doch angegriffen wird von einem anderen spieler oder zum beispiel der haakon eine ein attentat von euch plant dann könnte natürlich von diesem bild direkt in den militärischen zweig gehen heißt so viel wie ihr macht die ganzen standard forschung die wir hier schon besprochen haben einmal hier bis atrii des händler runter einmal hier bis sand diplomatie runter und geht direkt in den militärischen bild rein da ist immer wichtig wenn ihr aggressiv spielen wollt also angreifen wollt dann müsst ihr bis oberkommando runtergehen das gibt euch genügend kommandopunkte und genügend power für eure armee wenn ihr zum beispiel gar nicht gegen einen attentäter grad kämpfen müsst sondern euch gegen einen aggressor werden müsst und in eurem eigenen gebiet bleibt dann empfiehlt sich das verteidigungssysteme oder neue heimat zu erforschen denn neue heimat ist nur für erdreht ist möglich und gibt den den besten bonus den es so gibt hier ihr kriegt plus 20 prozent für eure einheiten an kampfstärke wenn ihr aber frei seid und keiner euch angreift und kein attentat irgendwie kommt dann könnt ihr natürlich ordentlich in eure eco investieren und könnt natürlich noch mal auf wasser und auf energie gehen und dann kriegt ihr eben eine wirkliche solare produktion die sich sehen lassen kann und zwar sehen wir hier mal wir sind noch im april und haben hier plus 1000 solari das schafft ihr indem ihr zum einen so wasserhandel runter geht was euch plus ein solare für jedes wasser was übrig ist gibt das ist deutlich lukrativer als energiemärkte aber auch gefährlicher weil zum beispiel eine resolution wo es eine steuer auf wasser gibt kann eure eco ordentlich runterreißen wie gesagt produktiver es gibt aber die möglichkeit energiemärkte zu machen und bei den energiemärkten kriegt ihr plus zwei solare für jede brennstoffzelle die ihr übrig habt warum ist jetzt wasser eigentlich lukrativer als energiemärkte das liegt daran dass wenn ihr zum beispiel hier ein dorf habt habt ihr eine windstärke von vier dann kriegt ihr eben mit eurer windfalle plus drei für jede windstärke also zwölf in dem fall nicht also zwölf solare und es hat nur eine abgibt von drei während energiemärkte die brennstoffzellenfabrik eine abgibt von sechs hat und in der regel nur sechs brennstoffzellen generiert es sei denn das ist auf einem speziellen gebiet energiestoffzellen sind aber deutlich unanfälliger für resolutionen etc was gibt es noch für möglich also dieser bild bringt natürlich auch dass wir natürlich im frieden mit allen parteien seit und er bietet natürlich auch noch den bonus dass wenn ihr auch das forschungsabkommen mit den anderen parteien macht dann kriegt er noch mal plus 50 prozent auf die forschungsgeschwindigkeit sollte die fraktion diesen diese forschung schon abgeschlossen haben das war's zu diesem bild wichtig ist noch mal anzumerken dass dieser gesamte bild ohne ein weiteres weisfeld ausgekommen ist ich habe extra das zweites weisfeld hier ausgelassen es ist auch kein weiteres hier wichtig ist dass man den regler ganz oben hat hier damit man alles einlagert um eben auch die steuern zahlen zu können später wenn die steuern mehr werden dann ist es wichtig noch mal ein weiteres weisfeld auf jeden fall zu haben generell ist es aber immer empfehlenswert zwei oder drei weisfelder zu haben und damit würdet ihr noch mal eure produktion immens steigern es gibt noch zwei weitere forschungen die euch helfen können solari zu generieren zum einen kultur akzeptieren welches euch plus fünf solare für jedes kontrollierte dorf gibt und reichtümer von arrakis das gibt euch ressourcen für eure kontrollierten spezialregionen einmal plus zehn solari einmal plus ein prozent solare produktion und auch eure anderen ressourcen werden noch mal deutlich besser produziert und zum allerletzt möchte ich noch mal aufschlüsseln was wir jetzt hier alles generieren ich erzähle jetzt mal nur die wichtigen zum einen mit unseren drei agenten die wir zur verfügung haben plus 122 mit den handelsabkommen mit den drei spielern 120 batbehandel macht 116 bei 116 wasser energiemärkte 133 bei 66 wasser reicht immer von arrakis und kultur akzeptieren sind die zwei forschungen die ich gerade erzählt habe und dann habt ihr politische haltung plus 209 das ist die forschung hier unten und dann habt ihr eben durch die botschaft ganze 313 solari die ihr produziert ich wünsche euch auf jeden fall viel erfolg und viel spaß beim ausprobieren des neuen bilds wenn ihr fragen oder anmerkungen habt oder ideen für einen weiteren guide dann kommentiert gerne ansonsten würde ich mich natürlich über ein abo freuen und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss